Servus. 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 Was hast du denn du für einen Anzug an, der Patze, der Patze, sagt, das wird ja da, ja, ja genau, ich hab's erwartet. Ja, ja genau, ich hab's erwartet. Ja genau, ich hab's erwartet. Abendrot, den hast du bei dir kaufen können, den hast du bei ihr kaufen können, bei der ich hab's erwartet. Ja genau, 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 ich hab's erwartet. wo du einen starken Abzug brauchst, wo es leichter und schneller schießt. Das erste ist das Radar. Das ist das Radar. Awww. Awww. Ah. Ja, ruhig. Geht's mit zum Ausschlecken, das Gdecken ist blöden. Da geht's schon. Das ist ein kleines Blick. Ja, das Inferno ist nicht aktiv. Was hat er da? Nein, er kostet 6 zu 6 zu springen. 6 gegen 6 kannst du springen. Aber im Moment geht noch nix. Ja, das ist klar. Was haben wir da für ein Problem? Wir haben noch. Wird's wieder irgendwann mal angepackt gewesen sein. Ziemlich, ja. Aber Level 6 mit 1000 ist nicht so neu. Ja. 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 Das war's. 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 Das war's.